Seien Sie gegrüßt! Mein Name ist Gotthold Friedrich Linke. Geboren im Jahre 1784 und verstorbene 1865. Ich war herzoglich, sächsischer, geheimer Finanzrat und Bankier zu Altenburg. Meine Schwiegertochter war Clara Maria Goethebrück. Sie war geboren als Tochter des Geheimer Rat- und Kammersekretär Karl Friedrich August Goethebrück und vereheligt mit meinem Sohn, dem Bankier Julius Friedrich Linke. Nach der Geburt der Tochter, stirbt Clara Maria im Kindbett. Eine zweite Ehe geht mein Sohn im Jahre 1848 mit Johanne Friederike Henriette Bendorf ein. Aus dieser zweiten Ehe gehen vier Kinder hervor.